Ich habe 2017 die Lehre beim Schoop geschlossen. Seitdem bin ich angestellt und konnte dann die praktische Ausbildung der Lehrlinge übernehmen. Das macht mir Freude, mit den Jungen zusammenzuarbeiten. Weiterhin habe ich auch die Chance, hier im Betrieb eine Polierschule zu machen, wo ich jetzt auch dran bin. Nächstes Jahr werde ich abschliessen, was dann auf längere Zeit hinausläuft, als in die Projektleitung noch weiterzuziehen.